Die Heise waren sehr gut. Ja, mein Lieblingstiel war das ICE. Es ist so schnell. Ja, aber mein Lieblingstiel war, wir gehen zum Naturmuseum Schenkenberg. Ja, gehen wir zu die Schalter? Ja, wir gehen. Hallo, willkommen zu Lufthansa. Ich heiße Susi, eine Flugbegleiterin. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir haben einen Flug in 20 Minuten. Haben Sie so einen Reisepass? Denn ich kann eine Bordkarte machen. Ja, hier sind Sie. Perfekt, danke. Bitte. Wie war Ihre Antwort? Sehr gut. Das Wetter war perfekt. Sehr schön. Ja, sehr sonnig. Nicht sehr windig. Oder regeln. Sie sind in Frankfurt gebleiben? Ja, wir gehen überall in Frankfurt. Bestimmt. Ich fahre nach Frankfurt. Sehr heiß und viel Spaß. Besuchen Sie zum Palmengarten? Ja, das ist meine Lieblingsaktivität in Frankfurt. Ich auch. Sehr schön. Besuchen Sie zum Romer? Sehr sagt sehr Spaß. Ja, das ist richtig. Und wir helfen zu meinem Ziel ein. Sehr nett. Gehen Sie nach Amerika? Ja, wir gehen zu meiner Hausern. Sie werden um zehn Minuten, um zehn, vier, zehn, einschach. Hier sind Ihre Reisepass und Bordkarte für Ihren Flug. Danke. Cool. Es ist ein Netflugzeug. Ich mag da ein Piloten werden, so ich gerne will. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Tschüss. Wir müssen Sie 14 finden. Ich danke an Tor Druben. Ja, Tor Druben. Sie 14 Flugzeug ist abgeflogen. Was? Ich habe gesagt, safe your scene, Flugzeug ist abgeflogen. Ich habe unseren Flugwebpast. Ach, Schala! Helfen, helfen, helfen! Kann ich helfen dir? Ja, bitte, bitte. Hast du deine Flugwebpast? Ja. Ich kann Ihnen einen neuen Flug finden. Ist das okay? Ja, danke sehr. Hopfen, bitte. Dann bekommen Sie einen Restaurant. Okay, die Abreise ist um halb fünf nach Amerika. Wo sitzen Sie lieber? Wir sitzen am Fenster lieber. Denken mein Gepäck passt hier? Ich habe zwei Koffer und eine Tasche. Ja, perfekt. Deine Flugbegleiterin werden helfen Sie finden Ihren Sitz. Sie steigen gleich um die Ecke um B13 an. Wann werden wir landen? Um zwei Uhr am Morgen. Aber es ist nicht so pünktlich. Danke, sehr viel. Hat Amerika ein Zug oder eine S-Bahn zu meinem Hotel? Nein, aber Amerika hat ein Taxi sehr schnell und freiswert. Haha, ich spiele. Ich komme aus Amerika. Ich weiß, Sie haben keinen Bahnhof mit dem S-Bahn oder ICA. Haha, komme ich. Ja, auf Wiedersehen.